Oh, ich komme hier am Bad. Willst du rausgehen? Ja. Also. Schau, ob wir da die Türe öffnen können. Schle- Also. Komm, du dich halten, mit dem anderen Hang auch. So. Komm, gut halten. So. Ja, Reiki! Ich hab gesagt, du sollst dich gut halten! Oder? Zuerst heult er mir, weil es ihn wieder von einem He-Bug-Ring gebracht hat, wo ich ihm genau gesagt habe, dass das von Anfang an sein kann, oder? Dann will er rausgehen, dann sage ich gut, hält die guten den Fingern, und dann lässt er sich von halb oben fallen lassen. Das ist einfach, wenn bei solchen Sachen, die dabei sein muss, die einfach leben, wie ein grosser Bub.